So, und damit hallo und herzlich willkommen im Livestream, beziehungsweise auch zum Video, die auf YouTube zu Final Fantasy XIII. Halleluja! Ja, ich hab's mir mal gegönnt bei Steam zusammen mit Final Fantasy X. Das gibt's auch hier bei mir auf dem Kanal. Ich weiß noch nicht, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht, ob ich das Parallelspiele oder erst XIII, dann X, mal gucken. Ich hab auf jeden Fall beide, ja, damals, als sie rausgekommen sind, leider nicht durchgespielt. Ich hatte sie beide für PS2 respektive PS3. Aber, ja, wie gesagt, leider keine Zeit gehabt und dann kam schon das nächste Spiel und so weiter und so fort, wie es halt so ist. Aber jetzt hier möchte ich das eigentlich schon ganz gerne durchspielen. Ja, vor allem im Livestream. VOD, wie gesagt, wird's vor allem Story etc. pp. geben. Diese, ich sag mal, wenn ich zwischendurch mal eine Levelphase mache, das wird's nur im Stream geben, hauptsächlich. Na, und in diesem Sinne starten wir direkt ein neues Spiel. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier der Unterschied ist. Ich nehm sicherheitshalber mal den einfachen Modus. Äh, für die Kämpfe wurde der einfache Modus gewählt. Was auch immer das heißt, aber ich fang auf jeden Fall damit an. Sicher ist sicher. Und, tja, ich wünsche euch und mir viel Spaß dabei. Die 13 Tage, nachdem wir uns wundern, waren der Beginn des Endes. Untertitelung des ZDF, 2020 You serious? Be quiet. Best of luck. She did it! Hands high! Raleigh! You all right? I'm out of the scene. So far, so good. They all wanna fight. Good for them. Give me that. What the... That's very good. You're off. It's okay. Go ahead. I went and I'm stunning. It's if I had this, I'm going to play it. I'm going to play on video. I won't play it. I won't play that. I'm not racing first. I won't do this. I won't do this. I won't do this. Ruh! Run! I've been away! Hey! Hey, hey! Hey! Let's be rational now! You're gonna help me! I'm gonna help you! What do we do? Watch and learn! So, und da sind wir direkt im ersten Kampf. Chapeau! Tutorium. Gut, das überspringe ich jetzt mal. Grundsätzlich hier links habt ihr Attacke, Fertigkeiten, Gegenstände könnt ihr einsetzen. Oh. Hallo? Lightning? Mach schon. Also der einzige Unterschied zu den Final Fantasys, zumindest die ich kenne, ist, dass der ATB-Balken oben quasi geteilt ist. Das heißt, Lightning führt zwei Angriffe aus. Fall back! Not so tough now, huh? Hey, das war nicht so ein Herausforderer, jetzt, okay? Hey! Coming up! I'm coming! Jump! Heads up. This thing won't give up. Heads up. Wäre auch möglich ein Angriff, ein Gegenstand, etc. PP. Also ich weiß, dass der im Laufe des Spiels auch erweitert werden kann. Wie auf 3 Bezug oder 4, 5, ich weiß nicht bis wohin, ATB-Teile. Oh. Ah, und rechts. Okay. Lightning-HP fangen langsam an zu blinken. Mal gucken. Oh, halt. Nehmen wir mal lieber einen Haltrang. So. Na, mit Zesh noch mal angreifen, dann sollte das reichen. Gut. 5 Sterne. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht mehr, was das alles bedeutet. Wofür die Punkte und der Rang ist, etc. Ob es noch mehr Erfahrungen gibt oder was. Oder mehr Gegenstände, glaube ich. Genau so war es. 6 Heiltränke, sehr schön. Oh Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh Gott, wir haben es geschafft. Bist du nicht zu beschädigen die Zivilisten, Soldaten? Ich meine, du bist ein Sanctum, nicht du? Was machst du, um zu stoppen die Purge? Warum sagst du mir das? Ich war ein Soldaten. Hey, wo du denkst du gehst? Man. Chocobo, wir können nicht nur ein Verbrechen, können wir? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, well. Ich werde mich zu verabschieden. Ich bin zu alt für das. Wird ihr angepasst? Ich habe nämlich keinen Bock auf Invertierung. Ja. So. Okay, Datenlog ist eine Technologieübertragung von wertvollen Blablabla. Informationen werden empfangen und als Datenlog übermittelt. Links oben im Bild eingewendete Signalfinster weist auf den Eingang einer neuen Info hin. und ist über das Menü mit E aufrufbar. Gut, also ich spiele hier mit dem Controller. Von daher gibt es keine E, aber das haben sie wohl bei der Lokalisation etc. pp. gemacht. Oh, hier hätten wir schon mal einen Speicherpunkt. Sehr schön. So, das hier waren Testspielstände. Also ich hatte so die erste Viertelstunde mal angezuckt, auch um zu gucken, wie das mit den Soundeinstellungen so funktioniert. Ich hoffe, das passt auch immer noch. Hä? Okay, die Gegner sieht man auch auf der Karte und wenn man in die reinläuft, dann beginnt halt der Kampf. Man kann sie theoretisch überraschen, wenn sie einen nicht sehen beim Herumlaufen. Aber hier bei den... Zu Anfang ist das... Oh Gott, geht glaube ich gar nicht, dass man die überraschen kann. So, dann... So. Dann greifen wir auch dich an. Zack. Genau. Rundumschlag war die Fertigkeit von Lightning. Und dann greift sie alle Gegner in Reichweite an. Saubär. So. Storytechnisch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich, worum es hier ging. Also wir suchen auf jeden Fall irgendwie Lightnings Schwester, von der ich auch den Namen schon nicht mehr weiß. Und die wurden irgendwie alle zur Säuberung, also zur Perch oder Perjuration, weiß ich gar nicht wie das hier heißt, abgeholt. Weil... Oh, ja. Ich wiese es nicht mehr. Also ich habe jetzt auch nur so am Rande, sag ich mal, mitgekriegt, dass der Teil von der Gemeinde wohl nicht so gut angenommen wurde. Mag ich mich jetzt auch täuschen. Ich persönlich fand ihn damals auf der PS3 gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und finde ihn auch jetzt nicht verkehrt. Aber gucken wir mal, was hier noch... Was hier wird. So, was haben wir hier? Hier. Pioniere. Pionier war, glaube ich, der... Genau, der einfachste. Und die Streiter sind die dickeren Brocken. Und tschüss. Keine Gegenstände, ganz doll. Oh. So, das ist quasi eine Schatzkiste. Was hast du denn für mich? Einen Heiltrank. Immer wieder gerne. Oh, da oben rechts ist auch noch einer. Oh. Danke. Oh. Oh. Ah, okay, Schock, das heißt, die Attacken gegen den Gegner im Schockzustand verursachen deutlich mehr Schaden. Jawohl. Schön, schön, ein Heiltrank, zwei Reißzähne. Wenn das Spiel hier zwischendurch mal so nach links und rechts ruckelt, dann bitte ich zu entschuldigen, aber ich glaube, das ist mein Controller. Und er reagiert irgendwie nicht mehr so gut auf Eingaben. Jetzt zum Beispiel, wo sie stehen bleibt, das sollte sie eigentlich nicht. Ich fürchte, da ist langsam mal ein neuer fällig. Ja, komm, das kann ich ja überschreiben. Da ist ja noch nichts passiert. Ah, moin Sinn. Ah, was haben wir hier? Streiter. Nehmen wir erstmal den. Sehr schön. Ah, der hält auch ein bisschen was aus. Komm, Sash, greif an. Jawohl. Sehr, sehr schön. Moment, hier oben war noch ne, äh, Schatzkiste. Wenn ich so mal, Orb, Sphäre. Oh, Eisenreif, wie auch immer man das nennt. Moment, äh, Charakterinfo, Ausrüstung, Lightning, Anlegen, Accessoire. Eisenreif, plus 50 TP, nebenwahr. Stimmt, wo ich hier gerade sehe, Ausrüstung, Stufe 1, etc. Ja, die konnte man, glaube ich, auch quaften. Oder zumindest upgraden. Oh Gott, das ist so lange her, dass ich das gespielt habe, ey. Hä? Oh, hier lang. Okay, das sieht doch nach Bossfight aus. Oh. 50 Jill. Halleluja. Was haben wir hier für welche? Pioniere. Äh, zack. Sehr schön. Äh, Rub, ein Haltbank. Pioniere. Preumptive strike. Rebels. So much for the element of surprise. Okay. 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 Ein Heiltrank, bla bla. Jede Verwendung verbraucht einen Heiltrank. Ausfall erfolgt mit Stolkreuz und Enter, beziehungsweise B. Äh, A meine ich. Ich wähle einen Heiltrank aus, verschädte ich danach alle Gefährten als Ziel. Gut. Brauche ich zwar nicht, aber... Ein Heiltrank hat gleichzeitig die TP aller Kampfmitglieder. Die Gewinner von Gegenständen verbraucht keine ATB-Abschnitte. Okay. Das wusste ich nicht mehr. Leitlings Kampf- und Fähigkeit hat unweigerlich ein Game Over zur Folge. Hm. Gut. Äh, erstmal den Pionier. Und dann auf den... ...süßen Wuffi. ...süßen Wuffi. So. Und ein Heiltrank wieder gewonnen. Yeehaw. Wow. 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 Was? Wir schluchten wir? Es ist kein Zeitpunkt. Dann was du sagen, dass wir machen? Quiet. Hey! 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 Das könnte uns durchgehen. Das könnte uns überlegen. Right there. Right? Es sieht so aus. Okay. Okay. Ah, bist du ein Pionier? Jep. Erstmal dich. Ah, das ist Panteron. Okay. Ah, komm, noch einen Rundumschlag leiten. Was soll der Geiz? Ah, hättest du ruhig mal einen Schock versetzen können gerade. Jawohl. Oh, und was gibt es? Zwei Reißzäne. Hier? Äh. So, komm. Zack. Überschreiben. So. Äh. Hier ist nischt, ne? Oder? Kann ich hier irgendwie runter oder irgendwas? Nee. Okay. Dann benutzen wir mal... ...die so Steuerung, Konsole, wie auch immer. Ach, okay, ein einfacher Fahrstuhl. Auch nicht schlecht. Stimmt, der eine davon, das war doch schon ein härterer Gegner. D4-T's, are we? Weapons down. I hate for this to turn ugly. Uh, turn ugly? He wants to kill us without a fight. Time's up! toll ja danke über dem ziel den serienbalken bestätige zielauswahl und beobachte wie sich die anzeige verändert na sie fühlt sich anzeige hat sich die obere rechte ecke verschoben und weil noch eine prozentzahl darunter steigt beim gegner verursachter schaden wird mit der prozentzahl multipliziert steigende prozentfälle zeigen den serienbonus an wenn ein gegner getroffen wird dass der schaden versuchte wir haben nach folgende anrufen serienbalken vollständig zu füllen sobald der serienbalken vollständig gefüllt ist versetzt ein weiterer schlag den gegner in schock angriffe auf so einen gegner versuchten enormen schaden gegen einen starken gegner ist eine clevere taktik allerdings liegt der serienbalken wieder nachdem ein gegner in position ist der serienbalken vollständig gelehrt erholt sich der gegner vom schock zustand dauert aber ein bisschen ja gleich haben waren jawohl Sehr schön. Ein Booster, ein Heiltrank. Was, Classified Military Info? Huh? What's the matter? You quit, didn't you? What, did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your secret? Oh, Falci. My angle. I'm after the Falci. Still happy you tagged along. Didn't have a choice. On behalf of the current citizens, I would like to thank our brave false pioneers and express our best wishes for a successful relocation. Your noble and selfless sacrifice ensures the continued safety and peace of our society. Were it not for this remarkable gesture, every resident of Cocoon, your family, your friends, your neighbors, would be exposed to the dangers of the world below. By choosing to leave Cocoon and participating in this migration... Migration? More like extermination? Huge. You stay here. I'm so sorry. I didn't mean to. These people need heroes. Here. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The army's no match for Nora. That a boy. Does the Lord look like the magic? The Lord? I have no idea. The Lord. The Lord looks like the magic. This is my magic. What is the magic? Is it worth dice? The magic? It's not me. It's all. The magic is time for you to escape. The magic now. Oh, Moment. Und Attribute. Na doch, hier. Ach ja, Snow ist aktuell der Status da oben steht. Okay. So. Nochmal 50 chill. Okay, erstmal wieder speichern. Kann ja nicht schaden. Äh. Na komm, nehmen wir den mal. Oh, der will nicht reden, wie es aussieht. Ah, das ist verrückt. Dann schau mal. Wirklich? Kann ich? Sicher. Und wenn wir einen Schraub nehmen, kannst du sie alle schaden. Oh, das ist noch schlimmer. Oh, das ist noch schlimmer. No Dirtnapps heute. Wir sind alle in das zusammen. Unsere Enem ist der Cocoon Sanctum. Sie haben Sikom nicht mehr schaden. Was ist die Schaden? Sikom ist nichts, aber ein ganzes Bluster und Bullying. Sie haben nichts auf Nora. Na gut, wir sind die Heroin, nachdem wir alles. Wir werden es tun. Ja! Sanctum wird das Geld verdient. Boah. Jawohl. Sehr schön. Zwei Heiltränke. Na, komm, weiter geht's. Das hat er nicht für Fertigkeiten, ne? Handgranate, okay. Oh. Okay. Und nichts bekommen, supi. Ah, noch mehr. Ah, da sind Soldaten überall. Oh, Boss. Was ist der Plan? Chargen, guns blazing. Hey, das ist nicht ein Plan. Real heroes, don't need plans.